denis haben wir register redstone ja kann wir haben sogar redstone blöcke ja wir waren letztes mal voll bei unserer höhentur mit redstone wir waren so voll wir konnten nicht mehr gerade laufen ja so voll besoffen oder was ja immer Hacke voll ne ich klammer was bei euch bei uns nein Lukas was ich kill dich okay hier war ich was hier ist voll tief erst mal ablenken hey da scheißen wo eine ablenkung ist mein ganz unter wasser bin mir jetzt nicht ob ich das krieg oder ob ich verreck aber ich sehe keine wert toilettentiefseetaucher wenn dann ich schaff's ich schaff's habt ihr eigentlich zwei betten ah ja dann schätzen wir auch ne drei ne ach so ja stimmt was denn keine Ahnung fällt mir noch ein Lukas wo bist du grad da wo du mich nicht findest wärst du bei uns glaub ich nicht Ich seh den da gar net. Da wo dein Haus schläft. Meine Cola schläft, Mann. Meine Falle da noch voll. Fick dich. Nee. Eine kleine Spende. Samtspende, oder was? Ja, auch nur ganz viele von das. Was, du willst mir nicht deine Spende geben aus euren Truhen? Nein. Ich kill dich, wenn ich dich da in der Nähe sehe. Wird's grad Tag oder wird's grad Nacht? Es wird Nacht. Haben wir zwei Betten oben? Ja. Gut, ich komm klar. Jonas, Schatz, ich komme. Wer ist das da? Ach, bist du das? Ich hab dich grad zweimal beschossen. Nicht. Ich dachte, das ist Lukas. Ich komm jetzt. Ey, da kommen drei von allen Seiten, Alter. Ich kill dich. Alter, fick dich. Du bist lahm, dich. Dann lauf ich in der Juli her. Verpiss dich. Was denn? Ich will doch nix hier. Nur dich schlagen. Juli, ich würd' sagen, wir machen auch ne geheime Trohe. Habt ihr viele Wertstoffe? Naja. Naja, also schaut dir mal das ganze Eisen an. Jetzt komm nach Hause, Gedepp. Wir haben mindestens doppelt so viel. Ja, Lukas, wir haben die ganze eine Stunde Aufnahme von Jannis waren wir in der Höhle. Und die hat die ganzen Ressourcen von Jonas noch, oder? Nein, der ist gestorben. Ja, ich hab aber alle Ressourcen davon nach vorne mitgenommen. Alina, wart ihr so blöd und habt alle eure Ressourcen da unten reingepackt? Wo unten? Bei denen. Die waren gar nicht bei denen. Gell, die waren noch nie bei uns. Ach so, okay. Ich hätte ja sein können. Wo ist Lukas jetzt hin? So oder so aus. Echt? Gut. Bei mir im Winter. Dann geh ich wieder in unsere Mine. Lukas, wieso baust du hier oben Minecraft und mit Kürbissen auf? Juli, komm mal her. Ja, ich hatte Schienen und ein Minecart. Du siehst wahrscheinlich schon, oder? Ich hab den nicht gefunden in der Truhe. Warte, was? Oh mein Gott. Ja, den muss man auch nutzen. Oh, ein Creeper. Boom. Nee, nur noch. Was sehe ich denn? Ich würde es ja gar nicht hören. Oh, ein Zombie. Teuer ist, wenn du stirbst. Oh, das ist ein Skelett und ein Zombie vor der Wasserrutsche. Oh, es legt's. Nein. Nee, komm ich da jetzt hoch. Einfach schwimmen, schwimmen. Ja, dann schwimme ich direkt in den Zombie rein. Opa. Wie ist das Skelett? Pussy! Ja, was? Wer ist denn das Mädchen? Du oder ich? Naja. Eigentlich ja du. Und mit du meine ich Lukas. Dann hast du gleichzeitig auch an Lina beleidigt. Ich weiß. Geplant. Wir sind sehr freundlich. Juli, du hast gesehen, oder? Was hab ich gesehen? Wo ich hingelatscht bin. Ich hab da ein paar Ressourcen. Nein. Ach so. Nee, wo? Ressourcen verstaut ist sie, wenn du ihn umguckst. Beide und schießt mich da wieder runter. Soll es weg ist. Junge, ich hab... Ich hab noch einen Stack. Ich hatte vier Stacks von den Blöcken. Was? Mach' denn irre. Ich buddle hier gerade schon von der einen Seite wieder weg. Ja, ich seh's. Du musst nur noch die Brücke kommen. Äh, welcher Ressourcen hast du? Ja. Alter, was für ein Block ist das? What the fuck? Ach. Sorry. Okay, stell' hier die Betten drauf, weil ich bleibe es mit, ähm, falls aus. So, jetzt kann ich auch abhauen. Alter, wie viel hast du bitte da dafür gemacht? Das waren vier Stacks von den Blöcken. Das ist eine Betten, da unten. Was? Könnt ihr ins Bett gehen? Mia? Ja. Komm, Jan, ist mir geh kurz schlafen. Ich krieg' mich schon ein Bett. Ich muss los, wie Lukas Pett auf dem Baum, wie nachfohlen. Was? Nein. Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr schlafen. Legst du schon? Irgendwie Lukas schläftst du? Ja. Alina? Ja. Schläfst du? Ja. Ja, ich geh da zu schlafen. Wo sch' denn? Wor wohl denn? Wer steht auch noch, du Affe? Alter. Ich hab gerade nicht sah da runter. Das war so was von klar, dass Lukas nicht schläft. ja ich habe mich nicht so gut zu tun aber endlich wer will begeben wenn man selbst nicht er dann hat es gekostet aber nicht die Hälfte dank wer nicht schlafen gegangen werden drei Tage später noch zu verpacken später gehen ja er hat sich vorhanden bis jetzt in Bauch ja gut das fliegende klassenzimmer oder was alle juli für was brauchen wir so viel ziegelsteine bitte da ist schon alles voll juli okay ich mach mal eine extra kiste eine kleine spannende der zaubertisch ist weg wir haben ihn nicht doch ich habe ihn geklaut vorher doch echt ja hast du jetzt ernsthaft nicht gesehen wo ich das zeug hin habe ich nicht gesehen oder hast du auch für mich eingebaut du doch nicht julie guck mal in die kiste rein die hose ja was guck mal die hose kann man die irgendwie umwandeln in gold schade warum ist ich doch mein fleiß wo sollen wir das rein ich klatsch das jetzt einfach mal dahin alter die kürbisse wachsen und gedeiht ich glaube seine die ist bei uns auch nur dank meiner guten pflege juli hast jetzt zufällig bock schwind da rein zu glatzen du siehst wenn du nun läuft hier nein weiter links am rand entlang weiter links nein nicht da ja genau da die stufen hoch macht es spaß zu sterben wieso lucas hä was du das hier unten was cool gell der zuckerroch hä bist du gar nicht gestorben nein ich hab einen eisenlostung was willst du von mir ich hab einmal in der luft gehangen und da habe ich auch gewusst zu schlagen ich bin mir nicht sicher dass du hochkommst julie also ohne kann ja jetzt eine kleine höhlentour machen schon wieder klar schon wieder warum nicht das dauert eine halbe ewigkeit bis das ich möchte erst dann möchte ich kurz ein sicherheitssystem machen naja wie das muss ich kurz wackeln ach da ok oh lol timer abgelaufen oha oha geht gar nicht was geht gar nicht was wo dann würde ich sagen wir sehen dann dann nächstes mal sehen wir dann wie julie ist die äh dings baut die sicherheitsanlage oder wo ist mein stein alles klar tschüss bis gleich jup 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 Untertitelung des ZDF, 2020